Hören Sie in Vorbereitung auf Bobbys Predigt diese Worte aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 12. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wir gehören dazu, bevor wir glauben. Wir gehören dazu, bevor wir alles im Griff haben, weil wir geliebt sind. Amen.